ja jaja leute und allen herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft hergelt leid alle mit marcus und früger und ja wie ihr sehen könnt haben wir hier ein ein textur pack ich komme nicht durch die tür aber ich wollte euch jetzt dieses schöne geile textur pack zeigen hier einmal unser haus so ja dann haben wir hier unsere tierfarm und lg tv und es sieht alles schon ziemlich geil aus in dem textur pack und darum werde ich sagen behalten wir das jetzt auch erst einmal ihr könnt euch ja mal und ihr könnt uns ja mal eure meinung in die kommentare schreiben als erstes so davon erhalte dass wir jetzt hier mehr textur pack spielen wie euch das textur pack gefällt jo genau jo dann ist die elektro zahlen jetzt Keine Ahnung, Puppies? Ja, Aua! Ja, Aua! Das ist ein Zeichen. Oh Gott, wie weit ist denn der Weg? Welchen Weg? Bis zum Meer. Lol, warum ist hier ein Lavaloch? Atomkraftwerk hab ich schon. Nur den anderen Weg zum Hafen muss ich noch bauen. Warum ist da Lava bei uns im Garten? Hä? Lava? Das ist Lava bei uns im Garten. Ja, Lava. Ja. Wollte ich eigentlich machen. Ja, was wollte ich doch, was wollte ich machen? Ich wollte doch die Farmen automatisieren, glaube ich, oder? Keine Ahnung, glaube nicht. Ah, nee, wir wollten die Solar Penis anschließen. Die habe ich in den... In den Mülleimer? Ja, das wird so gemacht, dass wir noch mal alles gesammelt haben. Willkürlich, die Ölverschmutzung weggemacht. So, die lass ich mal noch kurz drinnen. Äh, ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen Glasfieberkabel. Das ist alles... Müsst du noch... Die Stack, glaube ich, müssen noch klar sein. Gar nichts mehr sind wir einmal. Nichts? Nee. Ich hab noch eins. Ja, ich muss ja noch ein bisschen was bauen. Wie war das? Diamant und Glas. Nein, ich nehme Silber, das bringt mehr. Diamant und Glas. Warum wird Silber das nicht gebrannt? Ich muss mal kurz ins Haus. Silber das wird nicht automatisch nicht gebrannt, sondern wir haben überall Pulver rumliegen. Das wollen wir ja nicht. Ja. 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 Das ist dann, wie ich hier abbaue. Alter, wie das Lead-Ord einfach aussieht. So ist es. Ich hab gefuckt. Such mal nach Lead-Ord. Nee, keine Lust. Ja, ich muss hier arbeiten. Ja, ich muss hier arbeiten. Lecher stopfen. So, und so? Kann man auch falsch verstehen. Was? Lecher stopfen muss man schon. Sucke, melde dich bei ihr. Alter schon. Ach so. Meine Fresse. Gestern. Ja. Hat er irgendwie erst in 10 Stunden erst hier abgerüttet oder so. Ich will dir jetzt was sagen. Was? Ja, er ist nach 10 Stunden irgendwie gesagt worden. Ich hab ihm jetzt in 2 Uhr angeschrieben. Ja, in 2 Uhr morgens oder Mittag? 1 Uhr 14 erst. Wieso? Ja, du kennst doch Markus, der hat nachts geschrieben. Schnuckelchenluft. Ja, ich hab Fetzen. Das ist richtig süß. Woll. Immer doch. Oh, wo ich das gelesen habe. Ich hab mich halt weggeschossen. Das stalkst mich schon, Alter, oder? Ja. Das war direkt auf meiner... Der Dark ist ein Heavy Stalker. Der Dark ist ein Heavy Stalker. Das ist auf der Hauptseite gestanden. Das ist jetzt mit Dark? Ja, der Dark auch, Alter. Der weiß das mit Sicherheit schon. Nee, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Der Heavy Stalker. Ja, ja. Nein, es war auf meiner Hauptseite gestanden. Ja, mhm. Ja, mhm. Dann hab ich nen gleich Blöder machen. Das ist klar. Ja, ja. Wie die letzten Male auch immer. Was liegst du immer? Ja, das kommt wirklich auf der Hauptseite. Die ganzen Scheiß, äh... IK-Party oder? Soll ich das Kabel unter der Brücke durchlegen? Für die ich das Strom fände? Oder was soll ich das Kabel hinmachen? Ja, unter... Oder unter der Schlucht durch? Ja, unter der Schlucht, dass man es nicht sieht. Ja, das könnte dann ziemlich tief sein. Legst doch, ähm... Oder legst unter der Brücke entlang. Das sieht man es hier auch nicht. Kannst du es nicht an die Brücke dran pappen? Ja, das hab ich doch grad gesagt. Die ist ja dreisch weit. Da kannst du irgendwie runter, so hier entlang sein. Das könnte wieder gehen. Weil ich bau beim Muster Stein, Alter. Jetzt bin ich schon unter der Ding... Es könnte sein, dass die Abonnenten grad wenig sehen, weil ich grad ohne Licht arbeite. Ja, was... Aber ich bau grad eh nur Steine ab, von dem her sehr spannend. Ich bekomme jetzt... Wo muss das Ingenieur? Ja, ja. Für Moos musst du machen. Naja, musst du doch craften. Ich weiß, mach ja. Aber hast du nicht so viel abgebaut das letzte Mal? Ja, aber das Ding ist riesig. Ja, da brauchst du nicht mit Dings. Ne, er baut mit Blöcken. Ja, du hast nämlich geschnitten in Blöcken arbeiten, Digga. Geschnitten? Ja, also alles nochmal ab und nochmal aufbauen. Ne, aber ab jetzt, weil dann brauchst du viel weniger. Okay, ich bin mehr Blöcke. Du reicht ein Block für 16... Blöcke. Oh, jetzt bin ich schon unter der Blöcke. Jetzt haben wir diese, was es gehört, oder wie es heißt? Verdammt, ne. Wie hieß das hier an der Zeug? U-U-Matter. Ja, genau. Einfach U-U eingeben. Mehr nicht viel mehr, nur 13 Stück. Achso, das brauch ich. Ja, ganz wenig. Ich hab 19. Ja, eben waren es 13. Das hilft mir schon ein bisschen wieder. So, jetzt brauche ich mich grad von unten in die Mühle rein. Boah, wie war denn das? Oh, wie lange brauchten wir das, bis ich in diesen scheiß Block drin bin. Wie schnell der Diamant drin leer wird, wenn man durch Sand bohrt? Ja, weil du da so viele Blöcke wie auf einmal abbaust. Ah ja, voll das scheiße. Muss alle fünf Minuten, oder zwei Sekunden eigentlich, darüber gehen wir aufladen. Du hast ein Lab Pack. Nein, das bringt nichts. Doch. Lab Pack aufsetzen am Rücken. Nö, der ladet mein Diamant drin nicht auf. Doch, soweit du ein Block abbaust. Achso, stimmt. Ha, Tatsache. Oh man. Geiler Scheiß. 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 Aber Welcome. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ja. Geiler Scheiß. epile pole女ischen platzieren. squadники offen Shamimure lassen. ige coastal biogelissee verändern. agg Fernsehr. das ist noch geälder million system bitte ja oder so doch weiter wie weit ist das denn weg bitte er habe ich jetzt steuern die schwarzen die feinde ich muss haben es dort muss doch es ist jetzt so ich wollte schon bekommen vielleicht habe ich ja das ja ich habe jetzt schon gearbeitet Warte. So, Stone Cover. Nein, wir können keine Stone Cover um ein Kabel rumsetzen. Das heißt, wir müssen das Kabel theoretisch in der Mitte von der Mühle nach oben führen. Ja, das macht ja nichts. Ich baue endlich mal unsere ganzen Keys, was wir machen. Da auch mal wer kommt. Da ist noch ein Block. Was machst du denn mit dem Kies? Einen Weg bauen. Okay. Wiege. Also muss man links raus gehen, äh rechts raus. Kommt drauf an wie von der Burg, Richtung Atomkraftwerk so, oder Richtung Wüste. Bin ich gerade dabei zu bauen. Wo ist in die Mitte von dem Scheiß Ding? Hier hin. Das Fenster wahrscheinlich, und das Fenster. So, wenn Marcus gut, äh links gebaut hat. Dimitri. Symmetrisch. Symmetrisch gebaut hat, dann passt das hier. Und ich hab Vertrauen danach, dass das Symmetrisch ist. Ach, der Füste sein bitte. In der Mühle. Ja. Würde sein, dass der Füste dann Vertrauen hat. Haben wir noch diskutiert, ob das Symmetrisch ist, ne? Ne, das war aus. Ne, die sind ja auch oben, die die Mühlinger waren. Haben wir doch diskutiert, ob die jetzt Symmetrisch sind oder nicht. Das ist ein Blatt und ein Rätzer. Ne. Jetzt wissen wir es ja. Es ist Symmetrisch. Ach, okay. Ah, sind das ein Loch? Ja, so weißt du, wenn wir die Serverkupen wissen. Nein. Der Tag sollte mal die Ding lesen. Die Beschreibung von den Videos, warum die Qualität so schlecht bei einem Sandhau Video ist. Ach, warum denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Ich vermute mal, es steht sogar so drin, keine Ahnung. Ich vermute einfach mal, dass der Server überlastet war bei so vielen Sandvies und gleichzeitig alle Percelisk und Furyfeuer und hin und her. Es hat einfach Lichtblitze gehabt. Ja, aber während man was gespielt hat, war es doch auch nicht so schlimm. Das hättest du ja so nicht aufgenommen. Shadowplay ist eigentlich ein vernünftiges Aufnahmeprogramm. Das war wirklich so. Also ich hab's noch nicht gesehen, das Video, aber bei mir war es eigentlich nicht so schlimm. Es gab Lichtblitze, also hier. Pixeln halt. Verpixelung. Ich hab auch nicht gewusst, dass es so schlecht, also so arg ist. Aber ich kann nichts machen dagegen. Ich hab mich auch entschuldigt in dem Video beschrieben. Das war noch eine neue Glasfaser. Hast du auf Deutsch geschrieben? Ja. Jeder lesen kann. Achso. Kann kein Loser. Das Ding hab ich auf Deutsch geschrieben. Boah, Alter, jetzt bin ich endlich am Meer. Du bist am Meer angekommen? Ja. Hä, der Weg ist doch gar nicht so lang, Alter. Dann guck doch mal den Weg an, wo ich gebaut hab. Dann weißt du was lang ist. Mein Lang ist lang. Wieso das hier gebaut? Meine Mutter fällt echt, Alter. So. Muss auch noch Treppen bauen, ne? Gibt's nicht. Das kannst du keine Treppen bauen. Ja, aber halt das Cobblestone, du Lappen. Ja, oder gebrannter Stein. Cleanstone Treppen, was eigentlich das. Oh, da sind aber zwei Creepern. Soll ich in deinen Weg? Nein! Ich geh mal weg. Ich bring dir mal mit, Freunde. Ich geh mit auch in den Creepern immer, ne? Ich bring dir mal Freunde mit. Ja, Sven, die erste Folge müsst ihr jetzt dann durch. Ja, das soll lang sein. Ich brauche noch schnell hier das Glas. Die Faserkabel da hoch in den ersten Stock. Ich hab' den Freund mitgebracht. Ich hab' den Freund. Das ist eine Spinne, du Held. Ja, ist ein Freund. Dein Freund. Dein Freund. Ich hab' die Freunde aller Freunde. Hab' ich Keys dabei? Nein. Ich hab' noch ein bisschen. Ein bisschen. Alter, ist aber zwei Creeper eins. Haben wir eins gehört auf deinem Weg? Nein, ich hab' doch keinen Keys mehr. Alter, sind da viele Monster, Alter. Alter, sind da viele Creeper, Mann. Aber ein komplettes Inventar voll. Glaub' die wollen uns irgendwann belagern, glaube ich. Ja, genau. Das ist denn ihre Absicherung. Ja, das ist wie so 15 Creeper oder so, ne? Dafür habe ich ja unser Kaktusweiler auch gebaut. Ja, das war auf der rechten Seite. Ein Kabel bis in den Dachboden. Und damit würde ich sagen, arbeite ich hier das nächste Mal weiter. Mir fehlen ja noch ein paar Kälberchen, um das da oben hin zu machen. Wir sehen uns gleich in der zweiten Folge. Bis dahin würde ich sagen, servus und ciao. Ciao.